Hey! Ihr Liebes, in Deutschland soll es doch so kalt sein. Ihr habt es selbst gestrickt. Die Deutschen sollen doch so dreckig sein. Die Deutschen essen Schweinefleisch und Menschen. Echt? Die essen Menschen? Ich werde euch alle mitnehmen nach einmal, ja. Sieht aber seltsam aus. Sieht ja genauso aus wie bei uns. Eine Riesenratte und einige Friesenratten! Und das ist unsere eigene Toilette. Und was ist das für ein komischer Stuhl? Wir dürfen die Geschenke doch vorher nicht sehen. Die sind ja gar nicht verpackt. Familie, ich habe Überraschung. Wir sind jetzt Deutsche. Was sind die denn? Türken oder Deutschen? Deutsche? Nein, ich habe ein Haus gekauft. In Türkei. Super. Ach nee. In Heimat. Warum das denn? Wir waren alle zusammen. Wie früher. Früher haben wir auch alle in ein Auto gepasst. Krass, ey. Hier steht, dass die Bundeskanzlerin anbetend sein wird. Und dass sie sich freuen würde, wenn du als einer Million und erster Gastarbeiter etwas zum anderen sagen würdest. Hey, Angela. Wohlproblem. Ich komme aus dem Osten. Du auch. Wir beide aus. Oder vielleicht sollte ich besser singen. Einigkeit und Recht und Freiheit. Einigkeit und Recht und Freiheit. Einigkeit und Recht und Freiheit für das Deutet Park. Ich habe auf dem Weg gebracht. Ich bin ein Eiweißer. Ich habe ein Einesmeckstrakt. Vielen Dank.